Jo, hi Leute, hier ist Floranda und ich wollte euch mal einen ganz kurzen Gruß noch da lassen hier in 2018, was jetzt hier gerade in den nächsten Minuten zu Ende gehen wird. Und ich wollte einfach die Gelegenheit nutzen, euch Danke zu sagen. Zum einen für tausend Abonnenten, die ich letzten Samstag und zwar vorgestern geknackt habe, also noch ganz frisch hier im letzten Jahr. Und ich wollte euch einfach mal alles, alles Gute wünschen fürs neue Jahr 2019. Ein Gruß da lassen, wenn ihr das seht, dann habt eine gute Laune und seht positiv dem neuen Jahr 2019 entgegen mit viel, dass ihr viel Glück haben werdet, viel Erfolg, viel Gesundheit und alles, was ihr euch wünscht, das wünsche ich euch. Und ja, ich werde hier noch Gas geben Richtung Videos schneiden. Da kommt nämlich noch ein Jahresrückblick von 2018, der kommt noch die Tage online, versprochen, da bastle ich gerade noch dran und ein paar Highlights werdet ihr dabei sehen. Und ja, kleinen Ausblick gebe ich dann auch ins Jahr 2019, was da so kommt. Und ja, ich freue mich noch auf das Video, das teaser ich hiermit schon mal an. Aber jetzt erstmal weg vom Teasern, Spoilern, bla bla blub. Alles, alles Gute euch, eine super coole Zeit in 2019 und kommt gut rein. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein. Kurzer Gruß hier von mir, hier aus dem Studio und an euch zu Hause an die Geräte. Macht's gut, ciao. Alles Gute für 2019. Euer Florian. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.